Jetzt sind wir hier in Bad Friedrichshaal in Bad Friedrichshaal sind wir hier. Hi, es ist Stefanovic und das ist der Dirk. Was macht der Dirk gerade? Ke? Der Dirk ist immer noch am Schreiben. Guck dir das mal, ist das nicht geil? Ist das nicht der Oberknaller? Der Dirk ist immer am Arbeiten. Am Aufbauen oder am Arbeiten? So ist er. Ich wollte heute mal ein Video hochstellen, weil gestern hatten wir hier Montezumas Rache bei uns, da haben wir es nicht mehr geschafft. Heute in Bad Präbissal, wir wollen mal gucken, was hier abgeht. Wer ist jetzt hier? Da ist einmal hier der Cop UK ist hier. Mr. Cop. Hier ist Mr. Cop, hier ist Mr. UK. Cop, hier ist er. Mr. Cop, hier ist er. Mr. Cop, hier ist er. Ich muss es nicht mehr so sagen, es ist einfach so. Es passiert nur um mich. Es ist unglaublich, ne? Okay, hier ist er. Mein Name ist Dale. Ich weiß. Das ist ein Merchstand hier, by the way. Aber es gibt keine Merchandiser hier. Ich weiß nicht, wo es ist. Es gibt niemanden da. Es gibt niemanden in den Merchstand. Er ist immer immer in der Venue, nicht auf der Merchstand. Ich bin auch ein beliebiger. Also, wir sehen, was passiert, was hier passiert ist. Okay. Stuffed with people here. Wonderful. Also, heute hier Bad Friedrichshall. Wie gesagt, gestern konnten wir nichts senden, weil wir ein bisschen die Scheißerei an Bord hatten. Aber wie gesagt, macht euch keinen Stress. Wir sehen uns. Tschüss, Chef. Danke. Vielen Dank.